Es war einmal ein Jurastudent, der eigentlich ganz gut war und Jura einigermaßen verstanden hat. Und der schrieb seine Klausuren und bekam, obwohl er den Gutachtenstil nutzte, trotzdem immer nur 6-7 Punkte für seine Klausuren und fragte sich, was er falsch gemacht hat. Denn er hat doch ständig Musterlösungen und Gerichtsurteile gelesen, in denen sich dieser Gutachten- und Urteilsstil viel besser angehört hat als in seiner eigenen Klausur. Er hat sich also auf die Suche gemacht und war davon überzeugt, dass er es irgendwie herausfinden kann. Und letzten Endes hat er einen Punkt gefunden, der uns im Jurastudium nicht vermittelt wird und damit seinen Gutachtenstil auf ein ganz neues Level gehoben. Und welcher Trick das war, damit dieser Jurastudent in den Prädikatsbereich springen konnte durch seinen Gutachtenstil, das erfährst du im heutigen Video. Jetzt geht's los, viel Spaß! Moin Moin, ich bin David von Juramasterplan.de und auf diesem Kanal bekommst du jede Woche ein hilfreiches Video, das dir im Jurastudium dabei hilft, bessere Noten zu erzielen. Also wenn dich das interessiert, denk gerne mal über ein Abo nach. Das ist kostenlos und bisher haben nur etwas über 20% der wiederkehrenden Zuschauer abonniert. Also falls du es noch nicht gemacht hast, klick gerne den Abo-Button, dann bekommst du Benachrichtigungen, wenn neue Videos hochkommen und das würde dir sicher sehr helfen und dem Kanal hier auch. Ja, Gutachtenstil. Was mich direkt zu Anfang interessieren würde, wie sicher fühlst du dich eigentlich so im Gutachtenstil? Schreib's gerne mal in die Kommentare. Ist das was, was dir leicht fällt oder behandelst du das eher so stiefmütterlich? Denn der Gutachtenstil ist ja eine der wichtigsten Grundlagen, die wir in unseren Klausuren beherrschen sollen. Und ich selber habe gewisse Parallelen mit dem Jurastudenten aus der Geschichte am Anfang des Videos, denn auch ich habe irgendwie gemerkt, beim Gutachtenstil, da fehlt doch irgendwas. Die Musterlösungen und Gerichte machen das anders und das Ergebnis, was das eigentlich war, was da gefehlt hat, das erfährst du jetzt. Und zwar handelt es sich um einen Trick. Der normale Gutachtenstil, den wir kennen, der besteht ja aus vier Prüfungsschritten, nämlich Obersatz, Definition, Subsumption und Ergebnis. Da erzähle ich dir nichts Neues und es ist wichtig, dass dieser Gutachtenstil sitzt. Es gibt jetzt aber einen Fehler, jedenfalls wenn man gute Noten haben will, den die meisten an dieser Stelle machen. Dieser Fehler bezieht sich auf die Ebene der Definition. Was ich genau meine, darum geht es jetzt. Denn bei dieser Ebene der Definition, da machen ja durchschnittliche Studenten etwas grundlegend anders als richtig gute Studenten die Musterlösung und Gerichte. Und auf dieser Ebene beschränken sich durchschnittliche Studenten in der Regel einfach darauf, eine Definition hinzuschreiben und gehen dann in die Subsumption über und schreiben zu dieser Definition dann alles, was sie dem Sachverhalt dazu entnehmen können. Auch wenn es sich um Schwerpunkte der Klausur handelt, wo wirklich Argumentationsarbeit gefragt ist. Und das Vorgehen, die Definition einfach in einem Satz kurz hinzuschreiben und dann lang und breit zu subsumieren, das ist nicht optimal. Und einen riesigen Punktesprung wirst du machen, wenn du es so machst wie die überdurchschnittlichen Studenten, die Musterlösung und die Gerichte. Und die bauen noch einen fünften Schritt in den Gutachtenstil ein. Und wenn du jetzt Musterlösungen und Gerichtsurteile liest, dann wird dir auffallen, dass die eigentlich meistens noch eine Sache machen, die Studenten in ihren Gutachten in der Regel nicht machen. Jedenfalls, wenn sie dieses Video hier nicht gesehen haben. Und zwar fügen die zwischen oder nach der Definitionsebene quasi noch einen kleinen, ein Extra ein. Und zwar konkretisieren sie die Definition noch weiter und führen, bevor sie in die Subsumption einsteigen, einen ausführlichen Maßstab dieser Definition aus, unter dem sie dann den Sachverhalt subsumieren. Falls du dich jetzt fragst, was ich damit meine, dann mache ich dir mal ein Beispiel. Und zwar lässt sich das jetzt an der Norm § 94 Absatz 2 BGB gerade ganz gut erklären. Ja, mit der haben wir vielleicht weniger oft was zu tun. Es geht um wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder Gebäudes. Das ist jetzt inhaltlich auch nicht so wichtig. In § 94 Absatz 2 BGB ist geregelt, zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören die zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sachen. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin, denn es geht darum, wie wir daraus jetzt in der Klausur einen richtig professionellen Gutachtenstil zaubern. In der Klausur wäre unser Obersatz ja, fraglich ist, ob es sich bei der Einbauküche um einen wesentlichen Bestandteil der Hafenkneipe handelt oder so. Und normalerweise würden wir jetzt dann definieren, das wäre der Fall, wenn es sich gemäß § 94 Absatz 2 BGB um eine zur Herstellung des Gebäudes eingefügte Sache handelt. So, und vielleicht würde man jetzt hier sogar noch die Herstellung weiter definieren. Viele würden hier schon in die Subsumption einsteigen. Und hier kommt jetzt der große Trick. Und zwar besteht die Kunst in Klausuren, um deinen Gutachtenstil wirklich komplett aufs nächste Level zu heben, darin, dass du ja im Grunde schon weißt, welche Sachverhaltsinformationen du jetzt subsumieren wirst. Und dann gehst du in der Klausur hin auf der Ebene der Definition und führst diese Definition einmal so richtig ausführlich aus, und zwar abstrakt mit den Punkten, unter die du gleich deinen konkreten Klausursachverhalt subsumieren wirst. Das heißt, es ist quasi so, als würdest du in der Definition erst mal so abstrakt deinen Sachverhalt auf den Elfmeterpunkt legen und alle abstrakten Definitionsmerkmale schon mal hinschreiben, die du gleich in deinem konkreten Sachverhalt brauchen wirst und unter die du gleich subsumieren wirst. Wie sieht das also dann aus? In der Definition schreibst du dann nicht nur, wesentliche Bestandteile eines Gebäudes sind dir zur Herstellung erforderlichen Sachen, und zur Herstellung erforderlich sind alle Sachen, ohne die nach der Verkehrsauffassung das Gebäude noch nicht als fertiggestellt anzusehen ist. Das wäre jetzt vielleicht hier so die normale Schmalspur-Definition, sondern du führst dann den Definitionsmaßstab noch weiter aus. Und zwar schreibst du dann noch ein paar mehr Sachen, wie diese Definition eigentlich zu verstehen ist. Zum Beispiel solche Sätze wie, und ich lese jetzt hier ein bisschen ab, maßgeblich ist eine natürliche wirtschaftliche Betrachtungsweise unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls. Also was für einen Standpunkt muss man einnehmen? Ist eine Ex-Post- oder Ex-Ante-Betrachtung maßgeblich, wirtschaftlicher Standpunkt, rechtlicher Standpunkt und so weiter? Und du führst quasi einfach diesen Definitionsmaßstab noch mal weiter aus und machst den noch konkreter. Dann kannst du auch zum Beispiel als Abschluss dieser Definition so einen Satz schreiben, wie entscheidend ist, ob die Sache zur Fertigstellung des Bauwerks als solchem erforderlich ist. Oder irgendwie sowas, dass du wirklich die Definition noch mal etwas breiter machst, wenn du auch eine relativ breite Subsumption vornehmen musst. Und wenn du das so gemacht hast, dann hast du einen wunderbar klaren Prüfungsmaßstab, unter dem du dann deinen Sachverhalt packst. Und wenn dieses Verhältnis von Definition und Subsumption ein bisschen mehr angeglichen ist, dann wirkt das mega professionell. Und vielleicht hast du es dir noch nicht so explizit gedacht oder das so explizit bemerkt. Aber das ist das, was die meisten Gerichte und Musterlösungen machen. Nämlich, dass sie bei der Definition hingehen und dann noch so ein bisschen klugscheißerisch, wie in der Kommentarliteratur, den Prüfungsmaßstab noch weiter ausführen. Und ich garantiere dir, dass das einer der Punkte ist, die von der Außenwirkung her deine Klausurlösung wirklich auf ein wesentlich höheres Niveau bringen und einem Leser wirklich das Gefühl geben, ich lese hier gerade eine Prädikatsklausur. Wenn du diesen Trick in einer Klausur unterbringst, dann bekommst du auf jeden Fall mehr Punkte. Jetzt kennst du den Trick. Bevor du aber wegschaltest, weil du denkst, das Video wäre zu Ende, es gibt noch ein, zwei Punkte dazu, deswegen bleib unbedingt noch dran. Nämlich, vielleicht fragst du dich jetzt, okay, diesen Maßstab, den kann ich so drunter schreiben, das macht Sinn, aber wenn ich in der Examensklausur oder in der Klausur allgemein sitze, woher kenne ich denn dann überhaupt diesen Maßstab? Kommentare haben wir ja nicht zur Verfügung. Und den kennst du, indem du diesen Maßstab vorher ganz normal mit Karteikarten auch auswendig lernst. Das heißt, du lernst nicht nur die Definition, sondern schreibst darunter auch noch beispielsweise so Kleinigkeiten wie Ex-Post-Betrachtung oder wirtschaftlich-technischer Standpunkt oder so diese Argumentationsbegriffe, die du dann in der Klausur so allwissend einstreuen kannst. Und das wird in der Klausur dann nochmal, wenn dieses Thema kommt, richtig den Punktebooster zünden und dich in den Prädikatshimmel befördern. Zu dem Thema, wie du solche Sachen effektiv erlernst, sodass du in der Klausur wirklich nur noch die geistigen Schubladen aufmachen musst, aus denen du dann deine Informationen, Definitionen und so weiter alle nur noch rausholst, wie du das schaffst. Dazu gibt es von mir einen umfangreichen Online-Kurs. In fünf Stunden lernst du da Schritt für Schritt, wie du effektiv für deine Klausuren lernst mit einem ganz konkreten Lernsystem, also Karteikartensystem, wie du deine Tage strukturiert und so effektiv wie möglich aufbaust, damit du entspannt Feierabend machen kannst und wie du auch deine gesamte Klausur- und Examensvorbereitung gestaltest. Und zusätzlich bekommst du da die elf Prinzipien, die jeder Prädikatsklausur zugrunde liegen, die du also direkt umsetzen kannst für erhebliche Notensprünge. Wenn dich das interessiert, dann schau gerne mal auf www.yuramasterplan.de vorbei. Das könnte genau das Richtige für dich sein, wenn du bis hier dran geblieben bist. Und ansonsten würde ich sagen, wenn dir dieser Trick einleuchtet und geholfen hat, dann gib dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Video. Dein David. Ciao. Ciao.